Hi, ich bin die Constanze vom Huf 36. Seit Freitag dürfen die Kneipen wieder öffnen. Und wir haben einfach mal in der Stadt rumgefragt, wie die Gastros damit umgehen. Ja, was soll ich denn dazu sagen, meine Lieben? Wir haben geöffnet seit fünf Tagen und es läuft sehr, sehr schleppend, was ich auch eigentlich fast verstehen kann. Durch die ganzen Maßnahmen sind die Leute auch ein bisschen verängstlicht und haben Angst, einfach rauszugehen, weil vielleicht die dadurch auf irgendwelche Art und Weise sich infizieren könnten. Finde ich ein bisschen unfair, vergleiche es zu manchen anderen Unternehmen, die das schon dürfen, schon lange. Aber ich bin wirklich optimistisch und denke, dass es alles wieder gut wird und dass wir einfach ein bisschen Zeit brauchen, bis es dann losgeht. Also bei uns ist das so, dass wir nur draußen machen. Also wenn das schlechte Wetter ist, dann müssen wir eigentlich theoretisch gesehen komplett schließen. So passen wir uns quasi jetzt an. Was unter den Schirmen passt, ist dann quasi nur eine Person, weil der Schirm ist fünf Quadratmeter groß. Und ja gut, wir müssen dann quasi auf hohem Niveau improvisieren. Auch der Start ist vielleicht schon ganz gut. Manche Gäste sind auch ganz verhalten und fragen ganz viel, sind neugierig. Was macht ihr jetzt? Was bietet ihr an? Andere schauen auch nur rein, sind ganz schüchtern. Und wieder andere tun so, als wäre nie was anderes gewesen, als die Zeit, die jetzt gerade herrscht. Die sind als erstes froh, dass wir wieder aufgemacht haben. Und viele rufen auch an und fragen, seid ihr wieder da? Können wir wieder kommen? Wie sieht es aus? Also viele Fragen sind da offen. Wir haben die Tische auseinandergestellt, sodass die Gäste nicht mehr so nah beieinander sitzen möchten. Die Zeit wird ja auch irgendwann wieder vorübergehen und es wird sich auch alles irgendwann hoffentlich wieder normalisieren und auch finanziell wieder ausgleichen. Wir hatten super viele Vorbereitungen in den letzten Tagen. Es ist super ungewohnt. Also wir haben uns alle sehr darauf gefreut, dass es jetzt wieder weitergeht. Aber mit einem kleinen mummigen Gefühl im Bauch, weil es ja doch den Umstritten entsprechend nicht ganz so normal ist. Also letztendlich haben wir sehr lange überlegt, wie stellen wir die Tische, wie stellen wir die Stühle. Man überlegt eigentlich alles doppelt und dreifach, damit man es richtig macht. Und ich denke, wir haben das jetzt ganz gut hinbekommen und freuen uns, wie es weitergeht. Ja, wie läuft es? Schleppend sage ich jetzt mal im ersten Moment, weil du merkst schon noch die Zurückhaltung der einzelnen Leute. Klar, wegen weniger Platz. Du darfst nur eine gewisse Personenzahl reinlassen. Was ich auch gemerkt habe, ist diese Personenaufnahme, also Name, Anschrift, Haushalte und so weiter. Das schreckt auch nochmal viele ab. Dann gibt es ja noch andere Punkte, von wegen, du darfst halt mit Maske den Laden betreten. Du darfst ihn halt ausziehen auf dem Platz, musst aber wieder aufs Klo gehen mit Maske und so weiter. Das sind auch so Punkte, wo viele dann sagen, ja okay, das ist dann halt was. Wir haben Gott sei Dank unsere Stammgäste, die auch regelmäßig kommen. Allerdings dadurch, dass wir nur noch drei Tage in der Woche aufmachen. Also aktuell ist es meistens Donnerstag, Freitag, Samstag. Es ist halt zurückhaltend. Aber da müssen wir halt jetzt alle durch. Also wir haben jetzt die Gaststätte seit einem Tag geöffnet. Also gestern quasi. Es war ziemlich gut besucht gewesen. Also unsere Gäste nehmen das Angebot sehr gut und auch sehr gerne an. Das Problem ist natürlich, dass wir auf der Terrasse, die wir jetzt zur Verfügung haben, nicht annähernd die Leute setzen können, die wir vorher haben, draußen als Gäste haben können. Und deswegen müssen wir damit quasi zurechtkommen, was da ist. Die Terrasse, die Terrassennutzungsfläche, die wir vorher beantragt hatten, das waren vier auf acht Meter. Also konnten wir früher knapp 36 Personen draußen sitzen haben. Das hat sich jetzt geändert. Und jetzt können wir auf der Terrasse noch sechs Personen sitzen lassen, auf dieser Terrassennutzungsfläche, die quasi 32 Quadratmeter hat. Also haben wir bei der Stadt Fulda beantragt, die Terrassennutzungsfläche quasi zu vergrößern, verdoppeln. Jetzt haben wir draußen quasi 60 Quadratmeter. Müssen natürlich höchstwahrscheinlich auch dafür das Doppelte bezahlen. Und können jetzt die doppelte Menge, quasi zwölf Personen draußen sitzen lassen. Die Gäste sind sehr froh, dass die jetzt alle wieder rauskommen. Und wir haben halt nur ein Drittel der Plätze, was einem jetzt viel erscheint. Aber für uns ist das halt alles relativ langweilig. Wir müssen halt das alles relativ gut organisieren mit dem ganzen Toiletten-Dienst. Also ich brauche jemanden, der nur rumläuft und diese Adressen einsammelt. Also Zettel rausgibt und Zettel wieder einsammelt. Das ist halt ein bisschen schwierig, das alles zu koordinieren. Man hat viel mehr Leute, aber wir sind froh, dass wir wieder da sein dürfen für die Gäste. Und das ist ja unser Job und wir machen das gerne. Der Biergarten gehört ja auch zur deutschen Kultur. Also das in den Biergarten gehen und gesellig sein. Und wenn du jetzt zwei Monate eingesperrt bist, ist das natürlich eine schöne Sache. Also wir Gastronomen, wir geben alle sehr viel, dass die Leute auch zurückkommen und sich wohlfühlen.